Die beiden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Markus Söder trafen sich am Donnerstag, dem 25. Juli, zu einem Arbeitstreffen in der Plauerner Fabrik der Fäden. Dabei wurden Fragen erörtert, wie beispielsweise der ländliche Raum attraktiver gestaltet und wie die heimische Wirtschaft gesteckt werden kann und vor allem, wie man eine gemeinsame Lösung findet. An dem Gespräch nahmen unter großem medialem Interesse auch der Oberbürgermeister von Plauen, Steffen Zenner, sowie der Landrat des Vogtlandkreises, Thomas Henning, teil. Sie diskutierten mit Vertretern der Region über Themen wie Wissenschaft, medizinische Versorgung, Bevölkerungsentwicklung und Sicherheit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020